Ich antworte, Snow bat mich auf ihn zu warten. Ich wollte ihm folgen, wegen den Kindern. Ich hatte Snow verdroht. Verdroht! Ich habe Snow verdroht! Okay. Snow bat mich auf ihn zu warten. So. Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich die richtige Wahl. Ich meine, was, wenn du zurückkommst und du nicht hier warst? Und nun? Wo geht's jetzt hin? Random in der Welt herum. Okay. Weiter dem Mowgli nach, wenn er wieder irgendwas Schönes findet. Er findet ein... ein Item. Drei Heiltränke! Kessner! Enemies! Verkackt! Wasabikröten. Drei Stück. Mit Erbärmlich wenig Leben. Alles klar. Instant Death Spikes. Tschüss. So, tot. Was hat das denn jetzt? Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Geile Mucke. Okay. Hey! Such was, kleines Viech. Such was. Er sucht eine Katzin. No Artifact yet? No. Instead, my things are showing up from places they shouldn't be. I wonder if someone's trying to mess with us. I doubt it. No one here would do something like that. I guess not. Unless they think they're doing the right thing. It might not be a person at all. Ich meine, mit der Zeit und der Raum, wo überall alles möglich ist, könnte alles passieren. Genau. Und das ist so, dass deine Dinge hier ausgeliefert sind? Das ist nicht eine schlechte Theorie. Okay, also vielleicht sollten wir uns fragen, ob jemand anderes was missing ist. Wir gehen zum Haus und sehen uns. Suche das Artefakt. Ja, äh, SNA. Ja, zum Haus. Fangen wir zuerst mal, Le Bro. Vermischt du was? Du weißt, ich dachte, wenn Noel hier wirklich aus der Zukunft ist, muss er ziemlich interessiert über dieses Zeitpunkt. Das ist wahr. Wir sollten wahrscheinlich ein paar Dinge erklären. Ich bin alle hier. Wir waren alle geboren und geboren. Aber drei Jahre später, unser Haus quasi aus dem Meer. Wir können nicht mehr auf den Bögen und Bögen mehr auf dem Meer. Also, die meisten von uns machte die Entscheidung zu gehen. Weren't there millions of people living in Cocoon? Must have been pretty cramp. Ja, es war. Aber auf Pulse, wir mussten mit neuen Hardschäften, wie Fisch's Monsters und die Lacken Provisions. Das klingt wie ein schwerer Zeit. Ja. 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 und woher es kam. Es war nicht... Nun gut. A future that has people in it. I lived at the end of days. I was the very last child to be born. As I grew up, everyone I knew died, one by one, until eventually it was just me. All their dreams fell on my shoulders. I was their last hope. It was too much, so I left. Sure. Maybe I couldn't go home again. Maybe I couldn't make everyone happy. But at the very least, I could rebuild a future where everyone could survive. So I went through the gate. I wasn't thinking very clearly then. I had a dream, but I didn't think it all out. I didn't know what it really meant. But once I got here and saw how you and your friends live in this village, I knew my dream could come true. In Valhalla, your sister gave me a chance. She gave me hope. The future can be changed. That's what she told me. And I believe her. I understand. Thank you. Thank you. Thank you for telling me that. You want to take a moment to say goodbye, before we go? Thanks. I think I'm okay. Wohin geht's zu dem blöden Portal? Quer durch die halbe Nation wieder diesen tollen Weg, den ich fast nicht gewonnen hätte. Alles klar. Geh, Hasener. The gate is where the meteorite found. Maybe you have to watch the scene, right? So. Jetzt verlassen wir endlich mal Neobotum und gehen endlich mal in ein neues Gebiet. Bin ich mal gespannt. Weil ich turn hier jetzt schon seit über 10 Parts herum. Oder seit mittlerweile 10 Parts. Irgendwie so. Die. Töte dich. Die Musik ist geil. Okay. Halt dran. Okay, Mogri. Halt's weiter. Und da ist Cocoon. Where are you? Enemy, where are you? Ein Xenoid-Wichser. Nice, klar. Ich brauche erstmal Extermination. Wobei... Ja, Extermination. Was? Ne, Doppelsequenz. Genau, Doppelsequenz. Sehr schön. Heiltrank. Yeah. Ich spawn hier Heiltränke wie sonst was. So, wo geht's jetzt lang? Ah, ich hab die Chance voll von dem Weg, muss ich ehrlich sagen. Darüber, dann darüber, dann darüber, alles klar. Da lang muss ich. Da ist das Ziel. Ja, ich weiß. Erstmal. Erstmal. Ja, toll. Sarah zählt auch genau da in die richtige Richtung und so. Ist logisch. Na gut, Wasabi-Kröten. Tod. Ey, die Musik. Du, 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 du. Äh, ja. False way. Oh, Schoso! Lauflegastheniker, ey! So, jetzt hier lang. Oh, Xenaroid-Wichser. Ich habe euch aus Peace-While schon nicht leiden können. Auf Peace-While nicht. In Peace-While. Go, go, go! Tot. Ah, ich muss ihn gerade machen.